Hallo, ich heiße Wanne. Wie heißt du? Freut mich, wie geht's? Mir geht's schlecht. Woher kommst du? Wo wohnst du? Ich wohne in Russland. Wohnst du auch in Russland? Du kommst aus Deutschland. Ich lerne Deutsch. Lernst du Deutsch? Ich spreche ein bisschen Deutsch. Einige Menschen sprechen Deutsch. Sprichst du Deutsch? Du sprichst super Deutsch. Sprichst du Englisch? Welche Sprachen sprichst du? Wer ist das? Das ist Frau Schneider. Woher kommt sie? Sie kommt aus Berlin. Sie wohnt in München. Wohnst du dort? Ich mag Daolingo. Wir lieben Daolingo. Danke für deine Hilfe. Danke schön. Tschüss. Du bist übrigens mit Wikimedia. Du bist übrigens mit Wikimedia. Und dazu ist das für die Hilfe. Wir lieben Daolingo um die Hilfe. Wir lieben Daolingo. Wir lieben Daolingo. Wir lieben. Wir lieben Daolingo.